Unter die Arme greift und hier sehen wir das Grand Hotel, 4 Sterne Haus, lange established, ganz in der Nähe der Fähre, ziehen wir einmal rein hier, dann sehen wir den Lobbybereich, kleine gemütliche Lobby, so Lobby, Rezeption auf der rechten Seite, so sehen wir auch schon die Ankündigung des Spars, das ist ein Highlight des Hotels, das werden wir auf jeden Fall auch checken. Noch mal ganz am Ende, das ist die Marke, die da vertreten wird, kleine Rezeption, trotzdem sehr helle Lobby und hier gehen wir einmal ins Restaurant Bar, das ist direkt am Angangsbereich, es gibt zwei Restaurants, hier mal auf der linken Seite, die schönen alteingesessene Ledergarnitur, so aus der Zeit der Queen, so ein bisschen, muss man sagen, alt und traditionelles Haus. Hier haben wir einmal die Bar, es gibt ein lecker, frischgestapptes Chisk, das ist quasi dieses landesübliche Bier und das ist der Barbereich, jetzt gehen wir einmal weiter durch die Tür hier und dann sehen wir auch schon direkt, sehr traditionell und schön gestaltetes Restaurant und auch mit einem sensationellen Blick über die Bucht von Emjar. Da hinten sieht man auch Malta und Comino und ja, schöner Blick, man kann auch draußen sitzen, hier wird dann auch das Frühstück serviert und zum Mittag gibt es auch Snacks. Viele Gäste exploren Malta, also erkunden Gozo von hier und sind dann mit Frühstück meistens schon gut bedient. Wir sehen hier wird das Frühstück serviert, okay, sehr sehr schön, traditionelle alte maltesische Fliesen, wie man das sieht. Und jetzt gehen wir einmal weiter, nochmal kurz bei der Bar vorbei und wieder zur Rezeption. Und jetzt werden wir erstmal ein Zimmer inspirieren, inspirieren, inspektieren, anschauen, wir werden uns ein Zimmer anschauen. Hier haben wir leckeren Kuchen, mit Kuchen kann man mich eigentlich immer erfreuen. Also nachmittags Kai für den Kuchen und schon ein Blick über die Bucht von Emjar. Hier haben wir auch ein ATM, also ATM ist eine Geldmaschine, kann man natürlich immer Cash abholen, aber man kann ja auch mittlerweile fast überall mit Karte zahlen. Und was ich gerade auch bemerkt habe, der Bereich der Toiletten haben wir hier einmal, auch relativ nah gelegen am Eingangsbereich. Und jetzt gehen wir einmal weiter zu den Zimmern, ein paar Treppen hoch, so, okay, ein paar Gäste hier. Das Hotel ist sehr voll, muss man sagen, also sehr beliebt, wenn wir natürlich auch totale Hochsaison hier gerade. Hier haben wir einen kleinen Außenbereich, rund zwei Hotels, also zwei Gebäude miteinander verbunden. Und das kann man hier ganz schön sehen, altmahalsiedische Tür, es ist so halb offen, sehr schön gestaltet. Hier sehen wir auch Korridor zu gewissen Zimmern, wir werden jetzt den Aufzug nehmen. So, der Korridorbereich zu den Zimmern. Okay, jetzt sind wir hier schon beim Aufzug. Also keine langen Wege. Okay, so. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind heute auf der Schwesterinsel Maltas, Gozo. Dann gibt's noch die kleinere Schwesterinsel mit Comino, kann man schon einen Tagesausflug zu machen. Und wir sind heute im Grand Hotel Gozo. Altes, traditionelles Haus, aber sehr sauber und sehr nett geführt. Ja, würde am liebsten direkt hierbleiben. Bin ja auch nicht so oft auf Gozo, lebt ja selber auf Malta. Jetzt warten wir mal kurz auf den Aufzug. Dauert ein Sekündchen. Und, können wir nochmal hier so mal gucken, hier sehen wir, war auch gut ausgestellt. Wir haben eine Rezeption, Bar, da kamen wir gerade her. Zeige ich euch jetzt gleich mal das schicke Zimmer. Das ist alles hier so ein bisschen im Queen-Stil, also im alten, englisch-traditionellen Stil gehalten. Das werdet ihr auch nachher sehen bei den Möbeln und beim Bett. Also im Zimmer, so. Und, ja wie gesagt, das Hotel ist gerade zur Zeit relativ voll, deswegen ist das auch mit dem Aufzug gerade einfach, dauert es einen Ticken länger. Und dann zeige ich euch gleich noch den schönen Außenbereich, also den Pool. Und dann haben wir das, das Hauptrestaurant ist auf der Dachterrasse. Was natürlich gerade am Abend, wenn man da einen Drink zu sich nimmt oder was isst, super Erfahrung ist. Und Spa-Bereich, der wurde vor drei, drei Jahren komplett neu etabliert. Hallenbad auch vor drei Jahren komplett neu. Zeige ich euch alles. Jetzt ist der Aufzug fast da. Hier zweite Etage. Ach, ich sehe ihn schon. Jetzt geht er auf. Super, hier seht ihr mich ja auch. Hallo, wie ihr seid, alles gut? Sag mal, wo zum Rheinland. So, hier seht ihr auch. Da hat der Roman sich gerade ins Bild gemogelt. Reservation und Reception Manager. Ich glaube, es ist schöner mich zu sehen, als die Aufzugstür. Aber so, dann schiele ich ihn mal so. Guck mal hier. Ihr seht, super, super heiß. Unglaublich. Hier glüht es in Malta. Immer noch. Ende August. Oder haben wir schon September? Ne, wir haben schon September. 1. September heute. Krass. Zeit vergeht. Jetzt sind wir auch schon angekommen. So. Okay. Und dann werden wir uns jetzt einmal das Zimmer anschauen. Jetzt sind wir hier in dem Korridor. Genau. Jetzt haben wir den Roman, der vor uns geht. Hier unser Reservation, Reception Manager. Ach, guck mal. Schön heller Gang. Schön großer, heller Gang. Und natürlich so alte, traditionelle Möbel. Stehe ich selber persönlich sehr drauf. Dicke Holztüren. Und hier haben wir einmal das Zimmer. Zack. Das ist übrigens maltesischer Stein. Und die Malteser selber. Oft, leider Gottes. Ja, das Überputzen. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte das eigentlich in meiner Wohnung auch so belassen. Und hier hat man viel den maltesischen Stein, der wirkt auch in Malta hergestellt, hat man einfach so belassen, was ich sehr schick finde. Wir haben hier Teppich. So, rechte Seite haben wir das Badezimmer. Da haben wir eine Dusch-Badewannen-Kombination, wie man hier gut erkennen kann. Sehen wir einmal mich. Den Föhn. Ja, so Oldschool-Föhn-mäßig. Gute Nummer. Alles sehr sauber, muss ich sagen. Und hier gibt es natürlich auch die Fläschchen mit dem Shampoo und dem Shower-Gel und der Seife. Verpackte Seife einmal. Und natürlich hier nochmal so ein Rasier- und Make-up-Spiegel. So. Toilettenbereich sehen wir auch. Kann man einmal hier so schauen. Alles sehr, sehr sauber, tippitoppi. Und auch für die Zahnbürste und die Zahnpasta die Gläser. So. Und hier können wir nochmal den Bereich sehen mit der Badewanne und der Duschkombination. Und hier sehen wir ja schon an den Möbeln alles richtiges Holz. Altes Holz. Kleine Minibar hier. Die man nutzen kann. Und auch natürlich hier sind viele Spiegel. Das heißt, mich sieht man auch immer wieder. Nicht so schlecht. Das heißt, hier sieht man natürlich Tee kann man sich hier machen. Und natürlich auch so ein Nescafé. Man kann natürlich auch in dem Hotel selber schön Tee und Kaffee trinken. Hier sehen wir das Wasser. Das ist free of charge. Also das ist gratis dabei. Mit Gläsern. Hier war ein großer Ganzkörperspiegel. Der Roman versteckt sich gerade hinter mir. Zack. Und hier sehen wir auch direkt 32 Zoll TV. Also Fernseher. Kommode. Kann man natürlich auch nochmal ein paar Klamotten reinmachen. Und natürlich ein richtig schönes Bett mit einer riesen dicken Matratze. Was immer zum Vorteil ist, wenn man Urlaub ist und auch sich entspannen möchte. Hier haben wir einmal die Hotelleuchte. Also die, die, ähm, nicht die Hotelleuchte, sondern die Lampe, die Bettlampe auf der rechten Seite. Ich sitze übrigens gerade auf dem Bett. Sehr bequem. Vier Kissen. Hier sieht man gerade die kleine Mulde, wo ich gerade saß. Und, äh, jetzt haben wir auch noch natürlich eine, ähm, Bettleuchte auf der linken Seite. Telefon, schöne Möbel und ein, ich weiß gar nicht, ob das ein Sessel oder ein Sofa ist. Das ist ein Sossel. Ein Mix zwischen einem Sofa und einem Sessel. Und ich muss sagen, äh, da kann man auf jeden Fall schön drin lesen und verweilen. Kleiner Schreibtisch hier noch an der linken Seite. Und natürlich wieder den Blick über die Bucht in Emjar. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Bis, äh, nach Malta kann man gucken. Die Insel, die man vorne sieht, ist Comino. Kann man auch einen schönen Tagesausflug machen. Hier hat man eine von 350, äh, Kirchen, die es in Malta gibt. Und, ja. Sehr, sehr schön. Und jetzt mache ich hier einmal auf. Zack. Und jetzt sehen wir auch direkt von hier oben den echt großen Pool. Sehen wir den einmal. So, müssen wir mal gucken. So, hier sehen wir den Pool. Der ist 25 Meter lang. Also wirklich sehr, sehr schön. Den sehen wir direkt, ähm, vom, äh, vom, äh, vom Zimmer. So, haben wir hier auch noch mal zwei Stühle. Kleiner Balkon. Ein Stuhl, zwei Stühle. So, jetzt mache ich einmal noch mal zu hier. So. Hier haben wir natürlich das hier für die Privatsphäre, den Vorhang. Und noch einen Vorhang zum Abdunkeln. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Zimmer. Ihr seht ja noch mal, wenn ich das noch mal hier im Großen. Also alles so old school. Also alter Style. Mit richtig, äh, massiven Holzmöbeln. Dazu auch im Fernseher. Alles super sauber. Ich finde es, ich finde es auch persönlich immer so ein Teppich im Zimmer. Hat irgendwie auch noch mal so einen Gemütigkeitsfaktor. So, und jetzt gehen wir einmal weiter. So, das war das Zimmer. Und jetzt gehen wir einmal weiter zum Restaurant. Das Restaurant ist gelegen auf der Dachterrasse. Und das macht natürlich abends noch mal viel mehr her. Aber da kann man jetzt auch schon erahnen, ja, dass das einfach schön ist da zu verweilen. Bierchen trinken, was leckeres essen. Das ist natürlich ein schönes Highlight. So. Das sind, wie gesagt, wir sind ja eigentlich hier relativ kurze Wege. Haben wir ja eben ein bisschen gewartet auf den, auf den Fahrstuhl. Das liegt aber natürlich auch daran, dass das Hotel in Lade ausgebucht ist. Fast ausgebucht. Zu den paar Zimmern, die wir uns angucken könnten hier. So, und dann sehen wir wieder mich. Und auch den Roman im Hintergrund. Und jetzt fahren wir einmal auf die achte Etage. Zack, da sieht man schon. Achte Etage, Mediterranean Breeze Rooftop Restaurant. June to September. What does that mean, actually? It's open in the summer only. Ah, okay. Because in the winter it's too cold to be out there. That's a summer restaurant. Ah, okay, 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 okay. Das ist natürlich eine wichtige Information. Also für den September ist dieses Restaurant noch geöffnet. Das ist ein Summer Restaurant. Also für den Reisezeitraum September. Der ja noch mit drin ist, ist das noch geöffnet. Hier haben wir einmal die Grillecke. Und da müssen wir natürlich sagen, kann man das natürlich noch nutzen für die Zeit. Und im Winter ist das untere Restaurant, was ich euch bereits gezeigt habe, das Hauptrestaurant. Hier sehen wir einmal, das ist natürlich schon sehr cool. Für den Winter wird das dann ins untere Restaurant verlegt. Aber hier haben wir natürlich auch nochmal einen gigantischen Blick über, so linke Seite haben wir hier Gozo. Dann haben wir, sehen wir da hinten übrigens auch ein Kreuzfahrtschiff. Dann sehen wir Comino. Also der Blick ist immer super. Und hier auch nochmal Gozo. Hier sehen wir die Bestuhlung. Hier alles ein bisschen moderner gehalten. Auch alles ein wenig neuer hier. Und von hier kann man auch nochmal den Pool sich anschauen. Hier 25 Meter. Waren wir eben rechts in dem Zimmer. Das ist natürlich schon auch für dieses Hotel eine schöne Nummer. Wir haben aber auch einen Indoor-Pool, wo wir jetzt gleich hingehen. Und ja, das ist natürlich super. Hier sehen wir den ganzen Außenbereich. Und jetzt gehen wir mal Richtung Hallenbad und Spa-Bereich. So mein persönliches Highlight wurde erst vor drei Jahren gebaut. Und das ist natürlich gerade im Reisezeitraum September bis März. Das ist total cool, wenn man ein Hallenbad hat, weil natürlich auch irgendwann das Meer in Malta ein wenig abkühlt. Hier haben wir den Roman. Und dann ist das natürlich auch schön, ein Hallenbad zu haben. Gerade wenn das so ein neu modernes Hallenbad ist. Und auch gerade mit dem Spa-Bereich. Hier sehen wir mich nochmal. Der Roman auch. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen gemogelt mit der Maske. Müsste ich eigentlich mal komplett hier drüberziehen. Wir sind natürlich mit den ganzen Corona-Maßnahmen. Ändert sich jede Woche. Das ist in Malta aber alles an sich relativ klar im Moment. Und ich denke, da wird sich auch noch zum Reisezeitraum viel tun. So. Ah, genau. So. Dem Roman hinterher. Und jetzt gehen wir quasi in den Spa-Bereich und zum Hallenbad. Und da kommen wir hier an so einem kleinen Spielraum vorbei. Ich finde so einen Billardtisch immer cool. Gerade im Urlaub. Ist auch relativ, ist in einem sehr guten Zustand. So ein wirklich oldschool Billardtisch. Mit so einem Münzeinwurf. Beziehungsweise erzähle ich euch so eine kleine Geschichte. Wir hatten den ganz früher im Eingangsbereich von unserem Haus. Also wir haben in einem ganz normalen Haus gewohnt. Aber irgendwann hatten meine Eltern die lustige Idee, da einen Billardtisch hinzubauen. Und haben uns da Weihnachten mit überrascht. Ja. Ich glaube, das ist derselbe. Ich glaube, den haben die mir damals abgekauft. Ja. Der sieht ziemlich gleich aus. Und hier haben wir auch einmal Kicker. So einen richtig stabilen, aus Holz Kickertisch. Auch ganz cool. Und jetzt gehen wir einmal weiter. Sehen wir hier schon Wellness Spa Indoor Pool. Also Hallenbad und Spa Bereich. Und das hat ihr auch schon hier. Zack. Royal Lady Suite. Royal Lady Suite. Konferenzrum. Ah. Das ist der Konferenzrum. Das ist für Meetings und Konferenzen. Aber das ist jetzt gar nicht das Wichtige hier. Sondern das Wichtige ist jetzt hier, dass wir uns schön den Pool anschauen. Also das Hallenbad hat hier auch schon so ein bisschen so ein Hallenbad schieben. Ich finde das immer cool, wenn man zum Hotel kommt. Und man spürt schon, dass man dem Spa Bereich immer näher geht. Also man hört so ein bisschen das Wasser. Und diesen Spa Geruch. Das finde ich immer schon ganz gut. So. Jetzt sind wir schon fast an dem Spa Bereich angekommen. Das sind hier neue Liste, also Elevator, die bald im Betrieb genommen werden. Und hier sehen wir ja schon total modern, neu gestaltet vor drei Jahren. Und hier mit so einem coolen grauen Parkett. Und wenn wir jetzt geradeaus weitergehen, kommen wir zum Spa. Aber wir werden jetzt erstmal das Hallenbad auschecken. Das ist nämlich hier hoch. So zack. Hast du direkt ein paar Duschen hier links, bevor man quasi reinkommt. Und so. Das sind hier die Duschen. Unisex-Duschen. Das heißt eigentlich für beide Geschlechter. Da kann man es dann hier einmal nach rechts, die Frauen einmal nach links, die Männer. Und hier hat man dann das echt nette und cool gemachte Hallenbad. Das sieht man ja einmal hier. Zack. Würde ich am liebsten direkt reinspringen, weil es ist auch wirklich immer noch sehr heiß in Malta. Und ein paar Liegen. Also echt sehr gemütlich gestaltet. Mal mal hier rüber und auch hier noch ein Bereich, wo man sich entspannen kann. Und hier sieht man auch direkt wieder in den Blick über die Bucht von Amger. Also die Bucht ist natürlich unterhalb gelegen. Hier sieht man ja die Kirche, die oberhalb gelegen ist. Der Bucht direkt gegenüber vom Hotel. Und jetzt drehe ich mich hier einmal kurz. Und dann sieht man jetzt nochmal den Pool in der vollen Pracht. Hallenbad. So. Ich würde jetzt mal abschätzen. Der Pool ist so 15 mal 10 Meter groß. Jetzt gehen wir weiter zum Highlight. Und zum absoluten. Ja, das ist für mich mein absoluter Highlight. Spa-Burgeist. Kann ich immer wieder empfehlen. So. Spa. Grand Hotel. Grand Gozo Spa. So. Ja, das ist schon so dieser Spa-Feeling. Alles so ein bisschen Air-Condition. Nochmal ein paar Grad runtergeschraubt. Und riecht alles schon mal gut. Kerzen an. Der Spa-Bereich ist auch wirklich groß. Muss man dazu sagen. Also ich war eben, bin hier eine halbe Stunde durch den Spa-Bereich gelaufen, als ich mich hier vorbereitet habe. Hier sieht man die Umkleidekabinen. So mit so coolen neuen, stylischen Lockern. Cool gemacht. Müssen wir jetzt eigentlich nicht weiter reingehen. Sehen wir ja. Also man braucht sich quasi nicht im Hotelzimmer umziehen. Wenn man jetzt gerade irgendwie nochmal von einem Ausflug kommt, kann man sofort in den Spa-Bereich springen. Hier haben wir den Willkommensbereich. Das ist auch die Rezeption. Die ist in der Regel ja besetzt mit den Damen, die euch dann da hier begrüßen. Da war ich eben da. Hier haben wir da quasi so ein Nagelstudio-Spa-Nummer. Mit diesen Riesensesseln. Wo man quasi sich schön die Füße machen lassen kann. Das sieht man hier. Das ist dann hier dieses Fußbad. So. Das sieht man hier. Das ist dann auch so mit LED. Eine coole Stimmung. Und das ist natürlich ein Sessel. Da willst du gar nicht mehr raus. Und hier kann man sich auch die Nägel, also die Fingernägel machen lassen. Eine große Auswahl an Nagellack. Ich kenne das immer nur von meiner Freundin. Ich bin da selber kein Riesenexperte. Also quasi wir kommen rein in den Eingangsbereich, den Spa-Bereich und sehen sofort quasi auf der rechten Seite den Bereich, wo man sich Füße und Hände machen lassen kann. Und hier haben wir übrigens auch die Damen, die haben sich gerade hier eingefunden. Hi Ladies, how are you? Geht's euch gut? Denen geht's gut? Und ja, jetzt gehen wir mal in den Hauptbereich vom Spa rein. Es hat auf jeden Fall eine sehr entspannte Atmosphäre hier. Hier sehen wir, gibt's natürlich so, ja, so launchige Ligen, wo es dann auch verschiedene Treatments zu buchen gibt. Da gibt's ja auch so einen Vorhang, der wird dann dazu gemacht. Hier haben wir eine sehr elegante Marke. Vielleicht einigen unserer Zuschauer sagt es was. Elimis, sehr, da werden alle Treatments mitgemacht. Und ja, alles sehr cozy, aber trotzdem hell und nett gestaltet. Haben wir ein schönes Parkett. Und jetzt sehen wir auch nochmal die Räume hier. Also das ist dann jetzt so ein privater Massageraum. Das kann man sich natürlich sehr gut vorstellen als Kappelmassage. In dem neu gestalteten Spa-Bereich hier. Das muss man einfach, ja, erlebt haben. Jetzt seht ihr mich auch wieder hinten im Spiegel. Auch immer wieder ein Highlight. Hallo. So, und ja, das ist einfach sehr, sehr schön. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier gleich fertig bin, dann bleibe ich direkt hier. Hier haben wir auch noch einen Bereich. Also das ist, glaube ich, dann mehr auch so für Gesichtsbehandlung. Oder auch Entwachsungen und so solche Sachen. Und noch ein Raum. Das ist dann mehr so Kosmetik. Dann haben wir ja schon mit den Nägeln Kosmetik. Und hier nochmal. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Massage. Kappelmassage. Und nochmal zu allerletzt die Sauna. Und das ist hier so eine private Sauna. Die kann man einfach vorbuchen. Hier nochmal die Duschen. Und wir sind natürlich in Deutschland eine riesen Sauna-Nation. Verstehen immer viele Ausländer nicht. Witzig, wenn ich mit denen darüber spreche. Und das ist natürlich alles sehr, sehr sauber, modern und neu gemacht. Und das muss man sagen, das sind schon echt große Highlights. Also für mich, mein persönliches Highlight ist natürlich die Lage des Hotels. Es ist oberhalb gelegen der MJ Bucht. So, ja, einmal nochmal den Spa-Bereich. Da hat der Roman sich gerade hinter der Tür versteckt. So, ja, den Hauptbereich vom Spa-Bereich. Den sieht man hier nochmal. Also wie gesagt, mein absoluter Highlight ist eigentlich schon der Spa-Bereich. Indoor-Pool, die Lage des Hotels, alles sehr sauber. Und gerade wenn man Lust hat, viel zu reisen und Gozu zu entdecken, hat man natürlich hier nachher die totale Oase. Also, ich hoffe, euch hat der Urlaubschecker heute gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Euer Rob aus Malta. Danke euch. Ciao, ciao.